Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Episode von Let's Play Clash of Clans. Äh, ja, heute ist die Folge so, dass ich mir irgendwie heute keinen Plan gemacht habe, was ich überhaupt, äh, vorstelle. Aber ich bin gerade in meiner neuen Base. Äh, ja, ich hab mir da so gedacht, dass sie entweder, also dass sie von hier oben reinkommen, äh, dann hier runtergehen werden. Natürlich müssen sie aufs Rathaus. Und dann sind hier jetzt noch diese drei Minenwerfer, um, äh, das Rathaus zu schützen. Ja. Und, genau. So nicht würde das dann sozusagen auswählen, das Konzept. Er hat auch noch einen angegriffen, leider hundertprozentig. Aber, gegen einen Vierer, also gegen, gegen so einen, der in Goldliga ist. Was hat der denn hier noch für Ausmann? Ja, okay. Okay, er ist ein Toll. Boah. Okay. Ja dann. Schauen wir mal, ob wir, äh, uns bei ihm hier rechnen können. Nice, Megaloot. Aber, ah, das ist... Nee, komm, komm. Ich muss mich bei ihm rechnen können, bei ihm. Bei ihm. Bei ihm. Bei ihm. Bei ihm. Nee. Bei ihm. Bei ihm. Bei ihm. Mal schauen, dass wir da mit Baritz anrichten können. bei ihm. Bei und ihm. Ah. Jetzt sind wir schon da. Jep. So. Schweine hat er. Geil. So. So. Jetzt sind wir schon da. Jep. So. 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 36 36 36 Nein Nein Scheiße Das war jetzt natürlich nicht geplant dass ich den so verkacke den Angriff Angriff Noch zwölf Lakaien Ja Dann fordern wir nochmal an Also Was brauchen wir denn? Riese Äh Riese Ob 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 Wie Nee, nicht Punkt. Ausrufezeichen. Okay, das nimmt man. Kommt. Füllt. Füllt, meine Kleinburg. Ja, Arian braucht Verstärkung. Dann spenden wir doch mal was. Schön, Kleinburg voll. Also, nein, nicht das. So, machen wir es doch so. Sieben Minuten. Das Level 7 ist, finde ich, vom Design richtig gut gelungen. Nein. Bleib da stehen wie ein Wecker. 2.000... 780 Dunkles. Nicht schlecht. Das könnte ich dann noch upgraden. Was habe ich denn noch in Hamburg? 120.000. Und deswegen, dass ich gestern oder halt in der letzten Folge noch über eine Million hatte oder so, liegt das daran, dass ich jetzt halt so wenig habe, liegt daran, dass ich diesen Elektriersammler auf auf 6 und den auf 2 und den auf 2, das heißt, dass ich hier schon mal 750.000 in diesen, in den Luftfliegereien gebaut habe. Ja. 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 schau mal wie er an wie er läuft und schlafen legen ich will bitte schlafen 2 Heilsüber schon kostet 10 was steht denn noch als ähm Ereignis danach an Blitzzauber Ereignis ähm ok Schöne Luftabwehr ich hab die leider erst auf 3 das ist ziemlich dumm aber warte mal das braucht nur 70.000 kostet das dann hab ich wieder annähernd so viel ja und das war's dann einfach mit dieser Folge und abonniert nicht vergessen wenn euch diese Folge gefallen hat ein Like da lassen bis irgendwann mal und Ciao und 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 und